Unser neues OMS Backpad kommt jetzt als Tasche, die es dem Gurtband von Schultern und Hüfte ermöglicht, es fest an der Backplate in der korrekten Position zu halten. Außerdem haben wir vier Trimbleittaschen auf der Rückseite fest installiert, die jeweils ein Kilogramm aufnehmen. Das neue OMS Backpad ist aus extrem komfortablen und dennoch langlebigen Materialien geformt und wurde für die Montage auf jeder Art von Backplate entwickelt. Zwischen Pad und Backplate befindet sich ein zusätzlicher Stauraum, der sich perfekt für die Unterbringung deiner SMB oder Liftback eignet. Für weitere Informationen besuche unsere Webpage, YouTube, Facebook oder Instagram. Alle Seiten